Lande bei Tilted Towers und sei unter den letzten 10. Also landet hier direkt in Tilted Towers, eliminiert dann einen Gegner, dann habt ihr eine Aufgabe bereits erledigt. Sucht euch dann ein Fahrzeug, damit ihr schnell aus Tilted wieder rauskommt. Fahrt dann Richtung Realitätenbaum, hier dann nach rechts. Hier habt ihr die kleine Hütte mit einem Mülleimer. Springt in den Mülleimer rein und wartet ab, bis ihr da unter den Top 10 seid und spielt dann ganz normal weiter. Dann habt ihr die Aufgabe erledigt.